So, und jetzt weiter mit der nächsten Runde Space Engineers Wir werden heute mal unser Schiff hier, also unseren Fuß mit ein paar Conveyern und zwei Containern oben drüber Versuchen mal fertig zu bauen, beziehungsweise was mir noch letztens kam Ich denke mal zwei Container sind eigentlich übertrieben und vergrößern das Schiff eigentlich nur unnötig Und ich glaube wir nehmen die da raus, also den einen zumindest Weil es macht, ups, 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 geht ja schnell, holy shit Es macht eigentlich nicht wirklich Sinn, dass wir hier zwei Container haben, weil Ich meine, wir können genauso gut wie schnell zurückfahren und irgendwie Ja, mal kurz auslernen oder so Also, zurückfliegen logischerweise Also wie gesagt, das gibt eigentlich keinen Sinn, aber das macht nicht wirklich Sinn So, oh, jetzt ist hier wieder dieser komische Bug da oder dieser Hitboxen-Fail Ist im Prinzip ganz egal, wie was ich mache, oder? Aber wobei, ich kann es wegschieben Nein, jetzt? Jetzt, ha Okay Ähm, genau, wir wollen mal am besten den Reaktor oben Oder? Ne, warte mal Das, naja, okay, können wir eigentlich den Reaktor schon draufbauen, oder? Das glaube ich, sollte nicht gehen So, ups Boah, geht das schnell mit dem Fertigschweißen, na? Brutal Ups So, 95 Genau, wir brauchen jetzt eigentlich theoretisch erstmal Uran Ähm, die Frage stelle ich gerade Also, naja, ich denke, es ist wahrscheinlich zu Fuß am einfachsten Uran zu finden, beziehungsweise Ja, man ist einfach ein bisschen flexibler unterwegs und Ansonsten dauert immer relativ lang, ähm, irgendwie mit einem Schiff da rumzugucken und so Dann wieder Berge dazwischen und was weiß ich alles Das ist eigentlich nur umständlich und wir haben im Prinzip keine wirklichen Nutzen draus Oder davon So Genau, ich würde sagen, oben kommt dann ein Cockpit drauf Besten irgendwie Ist das mittig? Ja, sollte mittig sein Warum haben wir Bulletproof Glass dabei? What the fuck Haben wir sonst Ding nie dabei So, dann würde ich mal sagen, bauen wir das irgendwie ein bisschen so weiter So Genau, ungefähr so Und vielleicht bauen wir da irgendwie noch so kleine Dinger dran Genau, werden wir gleich ein bisschen verschwinden dann noch Aber aktuell muss erstmal Zweck dienen Ich weiß, das sag ich immer und dann Äh, die nächsten zwei Jahre oder die nächsten 200 Folgen oder so passiert im Prinzip gar nichts mehr dran Machen wir es am besten gleich Wobei es natürlich auch sinnvoll wäre, wenn wir das Ganze erstmal fertig bauen würden Weil wir höchstwahrscheinlich wieder irgendwas wegreißen müssen Und so weiter So Sieht ein bisschen komisch aus irgendwie Aber, naja Ich glaube, anders geht es eigentlich gar nicht Keine Schweißinformation mehr, okay Einfach fertig Auch nicht schlecht So, dann würde ich mal sagen Unten kommen die Bohrer dran Das ganze Ding sollte im Prinzip dann eigentlich unten im Boden verschwinden Theoretisch Wenn alles läuft, wie es soll Dann könnten wir eigentlich da oben die Trusted dran bauen Ich weiß, es war jetzt ein bisschen Over the top, wenn wir hier die Großen dran bauen Ähm Oder, naja Vielleicht reißen wir eins weg Ups So Und das ist her weg Dann haben wir vielleicht da außenrum die großen Trusted dran Nach oben verzichten wir übrigens diesmal Einfach mal, weil wir genug Gravitation haben, damit es uns wieder runter drückt Metal Crids und Motoren Das war jetzt natürlich klar Ähm Metal Crids da und Motoren immer auch da Okay Weil ich nicht der Meinung bin, dass es eigentlich nicht wirklich Also, nicht mehr unwirklich Sinn macht Es ist im Prinzip Es ist einfach wirklich sinnlos, weil Ich meine, nach unten kommst du immer Solang du auf der Erde bist Und Ja Alles andere ist eigentlich Verschwendung So, können wir schon mal ein paar Motoren nachproduzieren Genau Eisende Klammer hoffentlich genug Wenn nicht, würde ich das Ganze hoffentlich bald rausstellen So Genau Genau, also auf alle Fälle immer Ein paar mehr, die nach unten zeigen Einfach, damit wir ordentlich Auftrieb haben Weil ich kann mir vorstellen, wenn das Ding dann voll ist Und vor allem schwer, also Was er dann relativ schwer wird Äh Brauchen wir wirklich Mastig Äh Schub nach oben Allein schon mal zum Abbrechen lassen Steel Blitz Oh, jetzt geht da wieder alles aus Ähm Die brauchen wir Dann brauchen wir Dann brauchen wir Motoren Ähm Und Construction Components, glaube ich, waren das Oder Ja So, genau Ich glaube, die Motoren reichen noch nicht mehr Best mal ein paar mehr produzieren Motor Okay, haben wir keine mehr da Schauen wir mal kurz nach Selbst für kleine Trusts und so brauchen wir dann auch haufenweise Motoren Und dafür fangen wir dann schon mit dem Problem an Beziehungsweise das ist schon ein riesiges Problem So Motoren Genau Genau Jetzt haben wir zumindest schon mit dem Antrieb fertig Der wird jetzt ein bisschen Ähm, haben wir das hinten da Shit, ich glaube, wir haben uns da hinten verbaut Könnte es sein Mist, wieso schauen die so weit nach raus Oder haben wir eben hier einen frei und da einen Zwei W-Turf W-Turf Und warte mal Äh Riesiges Fail Wie immer Ähm Momentarfall Wow Ähm, okay So, du musst Deswegen war es vorher auch so komisch zum Bauen So So, eins da Dann den da hin So, wieder alles aus Wie immer So Genau Und die schauen praktisch Die müssen ein bisschen, äh, nach innen Weiter Okay Du musst das Ding quasi Da weg Und du musst das Das Ding dran Weil sonst steht das ganze Ding über Und wir können Nicht in unsere eigenen Höhlen Beziehungsweise in unsere eigenen Gräben da reinfahren Was wir verbohren Könnten sogar noch eins weiter reinrutschen Ich überlege gerade, wie viel Sinn das machen würde Ich überlege gerade, wie viel Sinn das machen würde Die Bohrer sind hier draußen Das heißt, der bohrt bis hier hin Ich denke, wir bauen das ganze Zeit einfach mal Auf die kompakteste Art und Weise Wie es irgendwie möglich ist Weil ich mir gerade mal denke Egal, wie es jetzt Oder Zweitrangig, wie es aussieht Aber Wenn es das Ding dann nachher in Höhlen reinfährt Oder generell Da reinfangen kann, was wir bohren Dann Ist das auf alle Fälle mehrwert Also wie es irgendwie Nice ausschaut Mit Verkleidung und Co Aber wenn es da natürlich nirgends mehr reinkommt Das ist auch blöd Ich muss das Teil da dran So, genau Ich halte das Ding echt tonnenweise aufgetrieben Vor allem noch ein bisschen Gewicht reduzieren Auch wenn es gerade minimal ist Aber Naja Naja, ein bisschen was So Genau, brauchen wir den Rest der Motoren Genau, ein großer Reaktor reicht da Ganz easy eigentlich Also, vielleicht nicht ganz easy Aber sobald ich das richtig in Erinnerung habe Geht es so gegen 90%, 96% oder so Und Overload können wir eigentlich Fast dauerhaft vermeiden So Genau Jetzt ist das Ding eigentlich ziemlich perfekt, oder? Oh, bestimmt gerade Schaut mir eigentlich ganz gut aus, ja Okay Okay, dann haben wir den Ding nach unten Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir den Trusted Damage ausgemacht haben Ich glaube, der ist aus, weil ich das richtig in Erinnerung habe Sonsten können wir noch weitermachen mit den restlichen Trustern Wollen zum Prinzip eigentlich nur noch in jeweils eine Richtung schauen Vier je Richtung reicht eigentlich ganz easy, hoffentlich Hm, ich glaube, der ist aus Ansonsten würden wir es herausfinden Wenn man das Ding sich auch wirklich lenken lässt Nicht, dass es irgendwie dann so komische Luft rumschwebt und keine Ahnung Wäre ein bisschen blöd dann Vor allem, ich habe immer Angst, wenn das Schiff mal kippen würde, theoretisch Dann haben wir nämlich echt ein großes Problem Dann können wir es nämlich never ever wieder ausgleichen Das ist immer das Problem Also, nicht jetzt, wenn es leer ist, aber wenn es dann voll ist und so Wenn irgendwie über Eis gefarmt haben Oder je nachdem halt So Motoren Ähm, das ist nochmal 300 oder so Zum Glück, wenn die so schnell produziert Das Ding ist nämlich immer teilweise bei den Construction Komponents Die brauchen wir es so ewig zu produzieren Ähm, pff, das ist dann immer Wahnsinn Kannst praktisch schon mal zwei Stunden vorher anfangen, die Dinger zu produzieren Und Damit du dann halt irgendwie mal für 10 Sekunden oder 10 Minuten so mal bauen kannst So Schau nicht so weit ganz in Ordnung aus Dann Das schaut irgendwie ein bisschen Instabil aus Finde ich zumindest gerade so Oder Naja, weil es schaut auch scheiße aus Oder wobei, vielleicht können wir das irgendwie nach Nicht nach oben bauen Hm, okay Sind blöd, wenn die Dinger an einem Block hängen Das schaut blöd aus und ist auch instabil irgendwie Naja Es ist eine fette Reaktion mitten in der Mitte da Ja, mitten in der Mitte Ah, so geht's Was, wird schon wieder angeschrieben hier? Ich weiß genau, ob das auch aufnimmt Was, wenn du das Gefühl tipo Oh, oh, oh Oh, okay Nein Nein Wir beantwortet jetzt keine Fragen im LP What the fuck So weit kommt es noch So Okay, nochmal meistens so und dann irgendwie so einen ganz provisorischen Rahmen außen rum oder so. Ob das jetzt gerade wirklich was hilft, wenn wir es so machen, wie wir es gerade aktuell bauen, ist fraglich, aber naja, mal schauen. Wenn es dem Moment stark auseinanderfällt, dann können wir auf alle Fälle davon ausgehen, dass es nichts gebracht hat. So, genau, den Rest außen rum. Vielleicht kann man so schlecht aus, oder? Also, da wir das jetzt natürlich noch nicht fertig sind, klar, aber an sich so, wie füllen wir den Reaktor eigentlich? A kommt drauf, perfekt. Ja, und dann war es zu veröffentlicht mit der Folge, glaube ich so die mitunter produktivste Folge der letzten 40 LPs oder so. Wie glaube ich jetzt? 39? 40? 41? Irgendwie sowas mit dem Dreh. Okay, an sich können das Ding ja fast schon fliegen, wir brauchen nur noch Uran, unten Bohrer dann, unten war ein Kyroskop, ja. Dann würde es eigentlich an sich funktionieren, unten, oder der Tektor vielleicht noch sinnvoll. Ja, und das war es mit dem LP, ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Space Engineers LP. Okay. Ja.